Aber von hier oben kannst du super den Thalys auf den Kopf spucken. Ne Mann, die sind meine Spucke nicht mehr. Ich habe es genau gesehen, da unten oben sind zwei Eichhörchen am Pumst. Ich habe es genau gesehen. Gruppenführer springt als letztes. Prise verstanden. Als Ersten bitte der Pilot. Bereit machen für Touchdown. Okay Jungs, raus, 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 raus. Richtig. 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 Danke. Okay, Rot, wir sind da. Rückt jetzt mal bis zu dieser Querstraße vor. Müsste eine Schotterstraße sein. Und deckt Richtung Nordosten, Nordwesten und Norden ab. Wir ziehen da nach, wenn ihr steht. Okay, so verstanden. Rot, weiter vorrücken. Je nach. Oh, ich glaube ich sehe schon was. Scharfschütze, komm mal her. Schau mal ganz weit hinter, auf 3, 4, 5. Da steht glaube ich einer im Feld. 3, 4, 5. 3, 4, 5, da hinten. Da ist so ein Reißfeld oder sowas. Rechts neben einem Baum müsste glaube ich einer stehen, wenn ich mich nicht vertue. 3, 4, 5, Reiß. Rot, Kopf runter, da vorne sind Feinde. 6 Grad, Entfernung circa 800. Verstanden. Rollout, meinst du du kannst von rechts bisschen besser wirken? Negativ. Laufbewegung in Richtung Ost. Verstanden. Feindbewegung in Richtung Ost. Rot hier, grün. Wir haben Feindbewegung im Ort. Bewegt sich Richtung Ost. Aber von ihrer Position aus Richtung Nord befinden sich einzelne Tangos im Reißfeld. Kommen. Rot zu verstanden. Einzelne Feinde nördlich von uns. Rest bewegt sich in der Stadt. Werden den Kopf unten halten. Rücken weiter zur Straße vor. Ost, dann rücken wir uns den Kopf unten halten. Punkt, Punkt, bitte. Ost, hier Brise, komm! Ost, dann hört. Ost, dann hört! Ja, hier Brise. Können Sie schon Feinde markieren bzw. sparen. kommen hier aus wenn haben vereinzelte im dorf dann aufschließen und sicherung übernehmen also verstanden erwarte in zwei minuten vollständigen sitrap und melde mich dann noch mal zurückkommen aus bin so verstanden ende rot an der straße angekommen haben und um sicherung auf richtung nordwest roth wir übernehmen hier verschiebt euch ein bisschen weiter nach rechts und schaut dass ihr vor allem in nordosten und osten da was ein blicken und wirken könnt ich will jetzt erstmal wissen was da alles los ist das sniper team ist auf position wir können dann sobald wir da mehr wissen einrücken bewegung zwölf uhr drei vier null einzelner soldat brise hört im schussfeld rot verschiebt rot verschiebt unbemerkt nach rechts rüber wir brauchen eine größere feuerlinie als wenn wir da alle auf einem haufen stehen hier präse war gerade im gesprächsfeuer wiederholen kommen hier ostwind haben mehrere feinde lokalisiert sowohl nördlich als auch südlich vom fluss meistens in compounds kommt so verstanden können sie sich kontaktions herstellen kommen hier ostwind negativ zur zeit kein sichtkontakt zu jenen kommen hier brise so verstanden wir befinden uns derzeit südlich der besagten querstraße haben im vorfeld einzelne bewegung kommen ja verstanden erstmal passieren lassen negativ war frage ob sie noch sich kontakt haben na tschuldigung negativ oder sieht jemand von euch noch was ja so verstanden hier ostwind habe sich kontakt zu ihnen versuchen jetzt feinde zu lokalisieren kommt sieben negativ 3 negativ ja ihr seht auch nix mehr ne ok ja prise so verstanden möglichst schneller spotwrap kommen die du auch mal mit vorrückkommen glaube ich ist er frei fescher du hältst dich auch mal in deckung aber die auch mal nach vorne und halt aber nur ab und zu meinen auge nach hinten brise hier aus wenn kommt brise hört wir haben mehrere feind kontakte lokalisiert in den compounds vor ihnen in den wäldern zur zeit kein sich kontakt zu feinden kommen der brise so verstanden werden jetzt dann den angriff staaten kommen aus den so verstanden melden wenn feuerfreigabe kommt ostwind hier brise wir starten jetzt den angriff bitte overwatch und uns unterstützen kommen hier ostwind so verstanden geben overwatch kommen grün teilt euch manchmal ein bisschen mehr auf sieben meter abstand ostwind hier brise warte auf bestätigung dass das hms ausgeschaltet ist kommen lade rot halten und in deckung gehen hmg nicht ausgeschaltet ich wiederhole hmg nicht ausgeschaltet und wiederholen kommen brise hier aus zu nehmen jetzt die mg stellung unter feuer kommt so verstanden der heißt am feuer status grün auf alle markant feindlichen ziele alle schau mal richtung norden da schießt irgendwo was her darfst du und wer auch immer noch dahinten ist bleibt da hinten in deckung hmg nicht ausgeschaltet ich bleib mal bei dir zehn verstanden ich täglich mal volllaut eins weiter unterdrückung vorschung Ja, positiv. Markant Richtung Nord, 0 Grad. Markant Nord, 0 Grad. Siehst du was? Negativ hier. Hier zu viel Gas, wenn wir ein bisschen weiter vorrauben. Super, guck mal, wir sind hingekommen, was? Die Hand ist gescheiße. Alu. Beweg dich mal mit deinem Buddy. Da auf 3, 2, 0 sind Steine. Beweg dich da mal vor, wir rücken gleich nach. 3, 2, 0, 3, 2, 0, alles klar. MG stopfen, MG stopfen. MG stopfen. Los. Die Roten und den ersten Compound Power haben keine... So, restlich von Grün. Wir machen jetzt eine Linie und gehen da hoch. Wenn wir da oben beschossen werden, Feuer rein und dann gleich wieder zurückziehen in Deckung. Verstanden? Okay. Und go. Riesel, hier aus dem MG-Feldung ausgeschaltet. Komm. Brise verstanden. An alle Einheiten. MG-Stellung ausgeschaltet. Links, Kontakt an den Häusern. Alex hat zerwischt, wir brauchen einen Medic. Oh, fuck. Mich hat zerwischt. Stand by. Grün hat verstanden, befindet uns gerade im Feuerkampf. Schick euch einen Medic, so schnell es geht rüber. Grün zurückziehen. Grün zurückziehen. 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 Oh, fuck. Ah. Oh, fuck jetzt. Ah. Ich mach mal hin, dann rück ich dich gut. Ja. Machen wir mal fertig. 3-3-0-Gabäude, Richtung 3-3-0-Grad, würde ich vorschlagen, als Deckung zu nutzen. 3-3-0, sagst du? 3-3-0, Gebäude. Schnappt ihr deinen Buddy, ihr beiden Buddy-Teams macht jetzt überschlagenes Vorgehen bis dahin. Schaut, dass ihr den Compounder bis dahin gesichert habt. Ich versuche euch von hier hinten Rückendeckung zu geben und den rückwärtigen Raum für den Medic abzusichern. Okay, Torby, 3-3-0. Robert. Blubber. Wir geben euch Deckung. Allo, ihr dürft euch selbstständig verschieben, sodass du die schützen kannst. Blubber, ich hab vorhin MG gehört von rechts. Ist das MG wieder aktiv? Das Snipe hat schon wieder ausgeschaltet. Okay, erste Position von 3 erreicht, nächste Kanal. Gut, Allo, los geht's. Hopp, hopp, hopp. Rot hier, grün. Wir rücken derzeit weiter Richtung 3-3-0 vor. Dort gesicherter Compound, den wir einnehmen und von dort aus dann das Dorf sichern. Bitte, sobald es geht, von ihrer Position aus auch Richtung Norden weiter vorrücken. Verstanden? Ich wiederhole, Brise, hier Ostwind. Brise hört. Hier Ostwind, Sie haben etwa 5 Feindkontakte aus Nordwesten. Rücken langsam ziehen vor. Wohl angekommen, ist schon. Brise, so verstanden, stand by. Teile, grün, ihr kriegt Besuch aus Nordwesten, 5 Mann. Brise, so verstanden, können Sie wirken, kommen. Brise, hier Ostwind, wir wirken auf die Feinde, komm. Gute Arbeit, weitermachen. Brise, Ende. Fuck, die haben einen Bewusstlosen. Brise, jetzt geht's. 1 und 3, wir sind schlicht und weiter vor und haben zwischen zwei Gebäuden versteckt. Verstanden, Status? Status grün, grün, benötigen Sie, ich bin in Gebäude aufgeschaltet. Feindmärchen Gebäude Richtung Norden. Ja, hieraus sind, bekämpfen Feindkontakte so gut wie möglich. Es hat keine Feindkontakte mehr, die wir bekämpfen können, komm. So verstanden, eventuell Positionswechsel, wenn das beste Position dann dort halten und weiter spähen. Feindmärchen, so verstanden. Medic wieder bereit, wo soll ich hinkommen? Rot Update, alle Männer wieder einsatzbereit, haben allerdings verletzte, die nicht mehr rennen können. So verstanden, weiter vorrücken, grün hält derweil Stellung und sicher von hier oben ab. Trennung, Medic, wir befinden uns westlich bis südwestlich von dir. Schau, dass du einen großen Bogen hinter dem Buckel machst, wir haben immer noch Feindkontakte Richtung Nord und Nordost. Verstanden, mache mich auf den Weg. In 3, 2, 1. 1 von 3, komm her. Hört. Wir hatten zwei Tangos, 60 Grad Gebäude, 1. und 2. Etage, würde Vorstand Gebäude safen? Ja, so positiv. Was müsste dann das zweite Team machen? Okay, grün, Vorsicht, auf der anderen Flussseite befindet sich ein Fahrzeug mit HMG eventuell besetzt. Hier, Medic, ich bin auf alte Position vorgerückt. Weitere Befehle? Wir sind Richtung 3, 3, 0, dann weiter nach vorne, eigenständig nach vorne laufen, du wirst gleich Sichtkontakt zu mir haben. Verstanden, komm. Na, grün, seid ihr schon am sichern? Äh, Medic noch mal, bitte komm. Hört. Äh, Koordinaten 3, 3, 0, hab ich das richtig verstanden, komm. Äh, negativ, nicht Koordinaten, Gradzahl, von alter Position aus. Entschuldigung, ja. Hey, hier links, hier links. Hab sich Kontakt zu dir, dreh dich nach links. Hier, Stimme, Stimme, Stimme. Ja, da war Trenn da zu der Wand hin, passt schon. Pass auf deine rechte Seite auf, da war grad noch was. Ja, okay, das muss wohl die zwei Kelle zu fahren. Ich spring, du springst erst mal, dann ich da rein durch, du springst zu den Steinen, okay? Äh, den Stein. Entschuldigung, du bleibst hier, ich spring zu den Steinen, oder? Ah, fuck, mein verdammtes scheiß Bein, Mann. Ich laufe weiter. Ja, okay. Wo, wo sind denn die? MG, wo seid ihr? Im Gebäude, im Gebäude safe, Körbäude safe, kannst reinkommen. Alles klar, ich komm rein. Ah. Oh, 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 oh. Ich kann nicht, mir tut mein Scheiß Fuß so weh, oh. Scheiße, Mann! Der Ghost hat es erwischt. What the fuck? Rot, Status. Rot ist noch da. Hier sieben, das war Selbstmordattentäter. Eigener im Haus, recht? Was? Nordost unserer Position. Ich sehe einen. Verstanden. Habt ihr Sichtkontakt drauf? Ja, positiv. Den haben wir schon bekämpft. Von dem waren die Explosionen. Ah, okay. So verstanden. Ja, gute Arbeit. Weiter im Sicherungsbereich. Okay, Leute. Wir verschieben uns jetzt. Das wird mir zu heiß hier. Wir gehen jetzt da vorne ran und sichern erst mal das Gebäude auf 12 Uhr. Verstanden? Check. Wir gehen rein. Wow! Explosion im Nahbereich. Sie gehen weiter vor. Ja, check. Ich kann leider nicht schnell voraus. Schaut ihr, dass ihr euch da irgendwie... Rot, hier grün. Wir gehen jetzt auch weiter vorne rein. Vorsicht vor Friendly Fire auf eurer Linken. Nein, lieber nicht hier. Sicher aber. Torb, ich übernimm für dich. Geh du mit deinem Buddy. An. Hier ist noch eine weitere Tür. Hier noch Mathematik. Ich habe weiterhin keine Veränderung des Patienten. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Bitte Positionen durchgeben für das First Aid Kit. Hier oben. Position wird markiert. Wir haben unsere eigenen. Ghost, du schaffst das. Oh mein Gott, der hätte vorher nicht geschafft. Nein, nein, nein. Cain, komm hier raus. Komm hier raus. Ich bin in der Hacker-Sicht. Ich bin ja nicht so gespürt. Das ist so. Ist der in die Führung, bitte noch? Bitte? Nein, aber der ist noch nicht gesichert. Hier die landet leicht. Wen siehe ich? Nein. Nein, aber der weiß, wo er hin muss. Klar, was für mich der die Klappverschmutzung ist weg. Achtung, eigene, eigene, eigene. Eigner, Vorsicht. Der ist nicht gesichert. Verstanden. Alle Verletzten rein da. Wir sind linkseitig von uns. Ja. Ja, ich steh. Cain, überspring mich mal auf die andere Seite. Äh, zu der anderen Mauer da. Ja, eigene gesehen sind oben auf dem Gebäude. Unser Gruppenscharfschütze ist auch auf dem Mehrstückengebäude hinter uns. Für die andere Seite der Mauer ist gegangen nach links. Check. Hier, Ostwind. Wir haben mehrere feindliche Kontakte. Darunter auch ein Jeep mit Harm gegensichtigt. Robert Altmelz hat leider ein technisches Problem. Tut mir leid. Ja, hier, Brise. Wiederholen, komm. Es ist ausgesichert. Hier, Ostwind. Check. Haben einen Jeep mit HMG gesichtet. Ähm, Entfernung circa 200 Meter von Verbündeten Einheit. Wir nehmen jetzt die Hütte. Verstanden. Richtung, komm. Ja, Ostwind. Richtung Südosten von Verbündetem Trupp auf der Straße beim Fluss. Okay. Zuverstanden. Bestätige HMG-Truck. Wir haben HMG-Truck im Südosten, aber ich glaube, ihr habt es jetzt schon bemerkt. Fuck. Ja, positiv. Mancheck, habt ihr Sicht auf dem HMG-Truck? Ostwind, hier, Brise. Sie haben Feuerfreigabe auf das HMG. Von hier aus können wir nicht einwirken. Hier, wo machen wir uns dann schützt auf der HMG durch MG-Becam. Oh, Gott sei Dank. Äh, okay. MG, da musste ich mit den Snipern streiten. Die haben auch gemeint, sie haben es ausgeschaltet. Äh, hier, Brise. So verstanden. Okay, MG, Alex, aufrücken und eventuell in dem Gebäude... Okay, Kane, du gehst außerhalb hier von dem Hanf-Ding. Alles klar. Okay, Tobi, wir gehen weiter bis zum Cannabis-Feld. Hanf, Cannabis, whatever. Das ist Cannabis. Cannabis? Ich kenne mich damit nicht aus. Guck dir einfach mal an. In der Heikel haben wir jetzt gerade einen feindlichen Hafen überholfen. Das feindliche Außenlehrer. Ja, sie wird überall. Woher weißt du, dass der, dass der, dass der feindlich war? Der hatte Uniform an und meiner Kahn. Achso, ich dachte schon, eine RPG-7 auf dem Rücken. Das sah nicht logisch aus. Achso. Er hat dich böse angeguckt. Ja, nee, der hat eine russische Primer auf der Schulter. Ja, solange es kein Hakenkreuz war. Der klafkanische Hase feind seine Hakenkreuz. Alter, er pfeift es runter hier an der Seite. Das ist nicht mehr normal. Boah, Beschuss! Beschuss links! Zurück, 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 zurück! Absitzen! Gut, aussteigen! Die haben Beschuss von Nord-Osten und Osten. Vorne, 50-Kill. Grün zurückziehen! Deckung suchen! Mich hat erwischt! Ich habe erwischt! Ich habe erwischt! Halt dich los, du Stück Scheiße! Ich wollte dich was lassen! Der rein, die ganze Zeit, das ist dann los! Hast du nicht? Habe ich? Ja, sowohl. Aber ich glaube, du konntest mich gerade nicht hören. Ja, ich bin unterwegs. Ich muss mich selber verraten. Ach du Scheiße! Rauch, raus! Rauch! Ein Fahrzeug! Was für ein Fahrzeug? Ich glaube, ein Jeep mit MG. Schütze ist rausgeschossen. Zieht euch zurück! Zieht euch zurück! Rotorzoll übernehmen! Cain, ich brauche einen Medic! Ich bin gerade selber dabei. Ich ziehe Fahrzeug. Hier 7. Fahrzeug ist außer Gefecht. Hier 3, wo nötig, immer Unterstützung beim Laufen. Verblute sonst. Oder was, brauchst du gerade Unterstützung beim Kriechen oder was? Ja, du entweder Blutung stoppen oder Tobi wiederholen. Uli! Hey, Tobi! Verbind dich schnell! Fuck, Alter! Oh! Tobi, wie geht's dir? Das war diesmal bei den Verdiens. Boah, hat's dich erwischt! Tobi ist wach! Tobi ist wach! Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Gut, Blutung ist gestoppt. Nächste Blutung wird gestoppt. Blut C? Überall. Okay, gut. Rot hier, grün. Status. Status grün. Haben wir uns auf der Höhe einer Position gezogen, um eventuell Feind zu flanchieren. Hier 7, Siegkontakt zu Medivac. So, verstanden. Wir markieren jetzt die Landeposition. Heißer Rauch. Markiert mit weißem Rauch. Ich wiederhole, markiert mit weißem Rauch. Er hat sich Kontakt. Die Anان информant werden die Be oke. K很好 ist. Das war noch Ted live. Mann. Das war die Langиф otra, Stefan. Ist vor перед мет Hyeバイon? Stopp, Sie!? Tagiere ist hier neues now. So verstanden. Alle Patienten, die jetzt noch am Boden liegen, aufnehmen und bis zum Helikopter schleifen. Der Helikopter muss 20m nach vorne, nach links einschlagen, nach vorne, nach vorne, etwas weit, jetzt langsam runter. Nach vorne, nach vorne, nach vorne lassen, runter, runter, etwas nach hinten, nach links, nach links. Hallo, nach oben, nach oben, nach oben, Reland, Reland. 10m nach vorne, 5m rechts. Helikopter nach links, um ca. 45 Grad drehen. Weiter nach vorne, beim Heckmotor ist wieder der Baum. Jetzt weiter nach rechts. Rechts, rechts, rechts. 70m nach rechts. Runter, langsam nach unten lassen. Gar nicht weiter nach links. Weiter rechts, 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 rechts. Rechts, 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 langsam runter, 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 runter. Touchdown, Touchdown. Einladen, einladen. Ich bin auf deiner, auf deiner 3. Check. Bries ist so verstanden. Ein Team wird sich aus Südosten der Basis nähern. Das andere Team wird sich aus Westen nähern. Vorsicht vor Friendly Fire. Ende. Bries, hier, Ostbin, wir stehen unter Beschuss. Wir benötigen einen sofortigen Angriff. So verstanden. Okay, Angriff, los, hopp, 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 marsch, marsch. Ja, mein Verlust ist hier dann, Bär. Ja, ich weiß. Hopp, hopp, hopp. Hab ich gerade Verlust gehört? Ja. Rot, schaut, dass ihr den Verlust in Sicherheit bekommt und euch da irgendwie die Situation klärt. Ostwind, hier Brise, Marsch, Marsch, Angriff, nicht möglich bei dieser Steigung. Ziehen sie sich vorerst zurück und suchen neue Positionen, um erneut anzugreifen. Kommen. Blubber auflassen, Kreuz. Ja. Herzgewolf direkt voraus. Ja, Turm. Hier, Ostwind, so verstanden. Es befindet sich ein HMG auf der Spitze des Turmes. Schwerer Beschuss von dort aus. Top Priorität, dieses MG auszuschalten. Komm. Ja, positiv. Sie haben Feuerstatus grün. Wenn Sie die Möglichkeit haben, erschießen Sie dieses fucking HMG. Meldung an alle. Auf dem Dach des Turmes befindet sich ein HMG. Hier, Rot, 10. HMG-Schütze ist getötet. Ja, hier, eins verstanden. Bitte, dass wir einen Drahtschneider haben. Negativ. Wir gehen rechts rum. Rechts rum. Rot, hier, grün. Wir dringen jetzt dann in die Basis ein. Kommen. Rot, so verstanden. Unsere Luft 2 ist ausgefallen. Versorgen gerade. Wir sind noch nicht am Compound gelangt. Kommen. Kommen. Verstanden. Wir versuchen Sie von der anderen Seite zu entlasten. Jetzt bin ich in der Granate mit dem Mauer. Rot, so verstanden. Negativ noch nicht. Zwei Leute im Bunker erledigt. Verstanden. Kopf runter. Bunker, Kopf runter. Ich bin am Eingang, LKW vor der Tür. Check. Check. Boah. Vollert, dafür krieg ich ein Bier von dir. Auf jeden Fall. Dringe linksseitig jetzt ein. Check. Check. Alle Einheiten, wir gehen... Fuck, weg, 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 weg. Da ist ein HMG, da ist ein HMG. Fuck it, fuck it, fuck it. Ja, ich ziehe Vollert zurück. Ich ziehe Vollert zurück. Wir haben ein weiteres HMG im Compound drin. Vollert hat es erwischt. Okay, ich hole ihn mir. Bekümmert ihr euch? Lass ihn liegen, lass ihn liegen. Ja, ich versuch's. Hallo? Zurück halt. Also. Deck, deckt um mir fürs Willen, deckt um. So und so verstanden, wir rücken auch sobald möglich. Brise, hier Ostwind, komm. Volont. Hört. Ich habe von Glück reden, dass du einen Helm anlachst. Erhöhte Feindaktivität nordwestlich der Basis. Den Hügelhang hinunter, komm. Hilf, Mercedes. Was haben wir denn? Ja, so verstanden. Rot hier, grün. Wir haben vom Sniperteam spottet nordwest mehrere Feindkontakte. Kümmert euch drum. Mein Kopf, ihr seid mal Schweizer Kerl. Unser Truppführer ist... Achtung, Nate, in. Entscheidend ist der Truppführer bei uns. Ja, hab verstanden. Dringend ein Medic. Medic ist gerade selber beschäftigt. Ich schau, dass er sich so schnell wie wirklich zu euch kommt. Stabilisiert schon mal. Patient ist so weit stabilisiert. Wow, wow, wow. Oh, ist das nicht scharf jetzt? Ja. Brise hier Ostwind, SPZ in der Basis. Achtung, Vorsicht. Weg, 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 weg. Genauso wie in dem Bunker bei der Landezone gibt es keine Anzeichen von dem Anführer der Taliban. Entweder es gibt ihn überhaupt nicht oder er ist geflohen. Habt ihr irgendwelche anderen Hinweise gefunden auf irgendwas? Nein. Gar nicht. Alles klar. OPZ hier ist... Brise, komm. Ja, OPZ hört. Ja, wir hatten im Dorf die Meldung bekommen oder beziehungsweise Informationen des Dorfältesten, dass sich hier ein Strippenzieher der Taliban befinden soll. Auf diesen gibt es hier allerdings keine Hinweise. sowohl als ob er jemals hier war, als ob er geflohen ist, etc. Ja, Brise, wiederholen, komm. Ja, ich habe eine Nachricht von den US Marines bekommen, dass diese Person in den Ost geflüchtet ist, komm. Ja, Brise, wiederholen, komm. Ich habe eine Nachricht von den US Marines bekommen, dass diese Person in den Ost geflüchtet ist, komm. So, verstanden. Also darf ich rechte Annahme geben. Unser Einsatz ist hiermit beendet. Korrekt, komm. Ja, check. So, verstanden. Brise, Ende. An alle Einheiten. OPZ hat Informationen bekommen, dass sich besagte Zielpersonen in den Osten abgezogen hat. Und unser Einsatz ist hiermit beendet. Der Helikopter wird uns jetzt rausholen und ich freue mich aufs Bier. I und I hier bin noch nicht fertig mit Familie. Ja, ja, ganz ruhig. Helikopter ist ja auch nicht. Ja, ja, ganz ruhig. Ja. Ja. Ich glaube, meine Vorhörer sind gerade ausgesprungen. Dann kommt mal hier rüber und versucht mal, ob ihr euch hier irgendwie gescheit aufbauen könnt, ihr auf dem Plateau. Check. Ich gehe da mal rüber. Könnt ihr euch da in Deckung aufbauen? Ich komme nicht mal auf. Ich stelle ich meinen. Ich komme nicht mal auf. Wo ist denn Fullload? Dein Herz? Äh. Sie können runter. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ja, sie haben leicht hinten mit dem Schwanz auf den Heskos abgedoppt. Also, Jett, du andersrum. Das ist dann das Versteck, wie ich da gemillt bin. Äh, Arthur, du musst dich einmal nach rechts lehnen. Nein. Ja, und jetzt hat nochmal um 90 Grad nach rechts drehen. Ja, ja, ja. Ja, so ungefähr. Also, das mit der Präzision, das ist aber noch nicht so ganz, ne? Ja, das ist doch nur mit der Waffe präzise, sonst hat er es doch nicht so. Präzision, was ist das? Und wer macht das Foto? Ja, das passt. Äh, wir haben keinen Fotografen, Jungs. Ach, ich dachte, Damien macht Foto, oder? Achso. Arthur. Komm mal ein Stück näher. Und alle salutieren, hallo? Los, 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 los. Ich glaube, Alex, du musst ein Stück lieber davor. Wird das Bild jetzt schon geschossen, oder nicht? Nein. Achso, okay. Gäselkuchen. Dickenswings. Oh, Bombe. Hallo, Wackman. Stimmung hier. Nee. Ja. Explosiv. Ich war mir schon auf meinem Piiiip. Fertig? Bild fertig?